Hi Leute, Herzlich Willkommen bei Killike. Heute machen wir natürlich, wie versprochen, das Bemal unser Silvesterkekse. Das Problem ist, ja, was man mit dem Alter ist, ich habe die Peniskekse vergessen. Jetzt gibt es einfach mal kosiges Smiley. Mal gucken, wie es läuft. Ich würde sagen, kommt mit. So, fangen wir mal an mit grünen Augen. Wir machen mal eine blaue Nase und so, da sieht doch heute vernünftig aus. Ist gar nicht so einfach. Ja, wie gesagt, Peniskekse sind aus. Wir tun mal einen Till Keks machen. Ganz knapp. So, aber noch einen Till Keks. Also, wir haben den Punkt vergessen. So, was macht man denn noch Schönes? Ihr Penis haben wir noch hier, genau. Jetzt haben wir natürlich noch keinen Weiß, ne? Egal, unser Penis hat Ausfluss. Es gibt halt hier so gelbes Sperma. Ganz schlecht, das Gelb. Wenn man sich den Schnüppel in die Wäsche, dann wird es halt gelb. So, ein paar blaue Adeln. So, ja, das könnte man so einen Penis machen. Naja, auch ein Pirat sticht man das rote Meer, ne? Das kann durchaus mal passieren, sowas, ne? Macht man doch. Gibt ja sonst nichts anderes. Ja, so richtig Sachen kann man damit jetzt nicht machen. Wir machen noch mal ein Herzchen. Ich bin Rechtshänder, das Problem ist halt, bei mir sieht alle scheiße aus, weil ich mache. So, ich habe mal ein Herzchen. Ja, kriege ich mal einen Weihnachtsbaum hin? Ich glaube eher ein wenig. Ja, gut, man sieht aus, wie ich das gewesen bin. Geil, hier ist ein 3-jähriges Kind. Ich fand das besser als ich. So, wir haben mal ein Smiley mit grünen Augen und schönen Pickelchen. Das sieht sogar fast aus wie ein Rotzpickel. Da gibt es so ein Spiel, wo man ein Pickel ausdrücken kann. Das ist unheimlich. Ja, ja, auch die Akne lässt grüßen. Und es gibt hier auch einen traurigen Smiley. Jawohl. Vielleicht kriegen wir mal so einen Weinen-Smiley hin. Wir probieren das mal. Wir geben denen einfach mal grüne Augen. So. Und mal gucken, ob wir ein paar Tränchen dran kriegen. Na ja, sieht eher aus wie ein paar Tattoo hat. Alles klar, wir machen Punker draus, der kriegt noch rote Haare. So. Und wie habe ich mir das einfacher vorgestellt, was ich hier für einen Scheiß mache. So, eine verbrotzte Nase hat er auch. Der arme Junge, der tut alles hier. Machen wir noch einen grünen Mund und eine blaue Zunge. Ja, Albert Einstein ist ein Genie. Ich bin so geil, ey. Boah. Also, wir haben Wutzen, wir haben Trauben, wir haben einen bösen Smiley, wir haben lachenden Smiley, wir haben... Ich bin doch gar nicht. Wir haben Till. Was könnte man denn noch machen? Wir machen mal das Haus von Nikolaus, dann kriege ich das ja hin. Also, das ist das Haus von Nikolaus. Super! Und das daneben, das kriege ich nicht hin. So. So. Machen wir gleich mal ein großes Haus. Zack. Oh, das ist Fiss. Das ist dann hier Billigarbeiter, Fusch am Bau. So, noch ein kleines kleines Fenster. Und eine blaue Tür. Sogar mit Knopf, wenn du das falsch hinkriegst. Ja, Leute, ich wollte sagen, es ist ganz schwer, hier irgendwas zu malen und zu machen. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, aber ja, es ist halt so, wenn man so ist wie ich, da ist irgendwie alles schwer. So. Ihr könnt ein paar Schreifen malen. Wir machen einfach hier irgendwas. Hauptsache, die Kekse kommen in den Bands rein. Hier geht es nicht um Schönheit, hier geht es einfach nur um Just for Fun. Ich habe mir das wirklich einfacher vorgestellt, dass man hier irgendwas machen kann, aber ich bin leider nicht so talentiert. Könnt ihr mal einen Kekse machen und gucken, ob ich es hinkriege? So, ein K und ein E. Aber sprich gerade, ob das E. Ja, ich wollte sagen, das war's mit den Keksen. Mir fällt jetzt nichts Dummes ein. Falls ihr noch Ideen habt, könnt ihr gerne was sagen, aber dieses Jahr werden keine Plätze mehr gebacken. Und wenn, dann kommt nächstes Jahr ein Plätzchen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch das gefallen hat. Wir machen mal Werbung für Dr. Oetker. Teuer die Stifte, 2,80, vier Stück. Wunderbar. Das braucht man. Schmeckt nach nix. Und die Kekse sind genial.